Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. Wie geht's euch Freunde und Amazon Krieger da draußen? Ja, auf Amazon erfolgreich zu werden ist wie in einer Schlacht. Du musst dich gut vorbereiten mit dem richtigen Produkt. Du willst die richtige Strategie machen, die richtige Taktik wählen, aber einen großen Punkt vergessen viele und übersehen viele. Das ist dein Gegner, sozusagen deine Konkurrenz genau zu studieren und aus deiner Konkurrenz kannst du sehr, sehr viel ablesen und das zu deinem Vorteil ausnutzen und deine Konkurrenz damit zu schlagen. Und wenn du bis zum Schluss dran bleibst, gucken wir uns mal zwei Dinge an, die du von schlechten Bewertungen aus deiner Konkurrenz lernen kannst und wie du es zu deinem Vorteil ausnutzt. Das gucken wir uns an direkt live auf Amazon auf meinem Mac. Wir starten unsere Suche wieder mal auf Google, geben hier Amazon Bestseller ein und kommen dann direkt auf die Einstiegsseite, wo wir gerade die heißesten Produkte sehen, die sich am meisten verkaufen. Gehen wir heute mal zum Beispiel in eine andere Kategorie als sonst. Was hatten wir nicht? Haustier. Gehen wir auf Haustier und schauen wir mal, was wir hier für heiße Produkte sehen. Hundefutter wollen wir nicht verkaufen. Kofferraumschutz sicherlich interessant. Was ich hier zweimal sehe, ist eine Haarbürste, um Hundehaar zu bürsten und da schauen wir uns jetzt mal direkt an. Warum untersuchen wir die Bewertung und warum schnüffeln wir in den negativen Bewertungen unserer Konkurrenz rum? Das brauchen wir für ganz genau drei verschiedene Fälle. Erstmal, du hast ein Produkt gefunden und sagst zum Beispiel, diese Hundehaarbürste ist super, die will ich verkaufen. Da sehe ich einen Markt, da will ich Geld verdienen. Jetzt kannst du dich überprüfen, ist das ein gutes Produkt? Weil vielleicht siehst du, die Bewertungen sind alle schlecht und das ist ganz klar, weil das Produkt einfach nicht funktioniert. Dann solltest du es auch nicht anfassen, weil dann, warum sollst du ein Produkt verkaufen, wenn es hinterher jeder zurückschickt? Den Fehler willst du nicht machen und da lernst du aus dem Schaden, den in dem Moment deine Konkurrenz hat, weil die haben sich nicht ordentlich vorbereitet und die bekommen jetzt alles wieder zurückgeschickt und müssen das Geld erstatten. Und deren Verlust soll dein Gewinn sein. Nummer eins also bei der Produktsuche. Zweitens schaust du dann, wenn du den Lieferanten auswählst, weil du weißt jetzt vielleicht, was sind die Tücken von diesem Produkt, wo können die Fehler haben. Jetzt findest du vielleicht zehn Lieferanten, die ein ähnliches Produkt herstellen und die haben alle den gleichen Preis. Jetzt musst du den besten auswählen und da überlegst du dir, was habe ich hier am häufigsten gelesen und das genau fragst du den Lieferanten und sagst, hey, ich will das Produkt kaufen. Mir ist aber bewusst, dass solche Produkte auf dem Markt die und die und die und die typischen Probleme machen. Was ist deine Lösung? Hast du viele Rückläufer deswegen und wie hast du darauf reagiert? Hast du das Problem schon gelöst? Und dann siehst du entweder die Leute, die keine Ahnung haben oder die Ahnung haben, ja, und sagen, wir haben das gelöst, unser Produkt ist verbessert worden und das willst du hören. Und Nummer drei und das ist sicherlich das, wo es dir dann erstmal wirklich Geld macht, wo du dich dann von deiner Konkurrenz absetzt, weil du deren Schwächen nutzt. Du stellst das heraus in deiner Artikelbeschreibung. Das schauen wir uns dann gleich noch an. Also klicken wir mal hier drauf und was wir jetzt direkt machen oder was ich hier schon sehe und da sollten bei uns die Warnlampen angehen, wir sehen hier nur drei von fünf Sternen und nur hier dreieinhalb von fünf Sternen. Also wenn du ein Produkt gefunden hast und sagst, das will ich sehen, das will ich kaufen und verkaufen, dann sollten bei dir die Warnlampen wirklich angehen, wenn du hier so schlechte Bewertungen siehst. Wenn du mal ansonsten hier rum schaust, alles hier auf der Seite scheint mindestens vier Sterne zu haben. Und das heißt, das sind zwei Produkte, die machen häufiger Probleme und da würde ich schon mal sagen, okay, da werde ich vorsichtig, vielleicht ist das doch keine so gute Produktidee. Wir bleiben jetzt aber mal dabei und klicken mal direkt auf die Bewertung und sagen, uns interessieren jetzt nur die Einsternbewertungen. Da schnüffeln wir jetzt mal rum und dann gucken wir mal, was hier steht. Der sagt zum Beispiel, totaler Fehlkauf, Finger weg, bei Hunden mit kurzen Haaren nicht zu empfehlen, Mist, Schwachsinn, Griff abgebrochen. Also hier sind sehr viele Leute unzufrieden, der hat sogar ein Foto angehängt oder siehst du hier den Griff und hier die Bürste. Und das sollte eigentlich zusammen sein, ist aber abgebrochen. Und ich habe jetzt gerade schon mal alles überflogen und das häufigste, womit Leute Probleme haben, ist wirklich, dass der Griff ziemlich schnell abbricht. Das ist natürlich schlecht, dann packen jetzt Leute direkt wieder ins Paket, schicken es zurück an Amazon und wollen das Geld zurück und du hast den Schaden. Nummer zwei habe ich gelesen, das zweithäufigste ist, dass es die Haare nicht vernünftig aufnimmt oder bestimmte Haare nicht. Das würde ich jetzt auch nochmal genau schauen. Ist es vielleicht nur für Hunde mit langen Haaren, dann würde ich das direkt herausstellen, dass es ein Produkt ist für Tiere, für Katzen und Hunde mit besonders langen Haaren oder im Gegenteil für kurze Haare. Also das würde ich mir hier genau anschauen. Und drittens habe ich gelesen, dass die Bürste hier in der Hülle bleibt und zwar die Idee finde ich ziemlich gut. Die haben hier eine Hülle, die soll die Bürste selbstreinigend machen. Also die Bürste zieht die Haare vom Hund, die überflüssigen und dann tust du es in die Hülle wieder rein und damit reinigst du die Bürste. Das ist natürlich ziemlich cool, aber offenbar klemmt die Bürste und dann bricht der Griff ab. Das ist natürlich Mist. Und das wäre das dritte, was ich gefunden habe. Das vierte ist, dass es nicht ordentlich funktioniert. Die haben halt geschrieben, dass es diese normalen Fusselrollen mit Klebeband, dass die besser funktionieren. Und ich würde mir da eine Excel-Liste machen und die häufigsten Punkte reinschreiben, dass ich den Überblick habe. Und dann habe ich direkt einen Überblick. Dann kann ich als erstes hier entscheiden, wenn ich im Produktsuche-Vorgang bin, will ich das Produkt wirklich verkaufen oder ist es wirklich Mist, sollte ich es direkt vergessen. Wenn ich aber sage, okay, die Meinungen sind gemixt, viele Leute lieben das, dann gehe ich jetzt nach Alibaba und suche das Produkt mal. Hier sind wir jetzt auf alibaba.com und hier können wir Produzenten in China finden, die das Produkt haben. Also, das war eine Bürste für Tiere, um Haare zu entfernen. Ich gebe jetzt mal ein Pets Hair Remover. Das hört sich schlüssig an, dass wir es hier drunter finden. Okay, hier haben wir Handschuhe, das wollen wir nicht. Hier haben wir eine normale Bürste. Das sieht schon mal so ein bisschen aus, wie das, was wir sehen wollten. Hier haben wir sie auf jeden Fall. Das ist genau unser Produkt. Ah, hier haben wir, okay, es gibt also mehrere Hersteller, die die haben. Unica Sports, Shanghai, Roblion Industries. Ich bin kein Experte für chinesische Unternehmensnamen und der ist noch etwas exotischer. Xiam, Shanxi, Import and Export and Co. Und was ich jetzt mache, mit meiner Liste frage ich jetzt nämlich die ganzen Lieferanten. Ich frage jetzt nicht nur nach dem Preis und den Versandkosten von dem Produkt, sondern ich habe jetzt direkt eine Interviewliste und gehe hier auf Contacts, Supplier und schreibe denen gleichzeitig meine vier größten Probleme, die ich recherchiert habe und habe gesagt, hey, ich interessiere mich für das Produkt. Was ist der Preis, den du mir bieten kannst? Plus, ich habe gesehen, viele, viele Leute haben diese Probleme mit dem Produkt. Das will ich meinen Kunden nicht zumuten. Was machst du, damit dein Produkt das nicht hat? Und wenn du jetzt vielleicht zehn Lieferanten hast und alle haben den gleichen Preis, dann guckst du dir genau an, was die antworten. Denn da willst du den rausfinden, der die besten Antworten hat und hat vielleicht schon gesagt, hey, ja, wir hatten früher die Probleme, wir haben es reagiert, wir haben das überarbeitet, der Griff ist jetzt besser, die Bürste ist jetzt besser, die Hülle passt besser und dann weißt du, jetzt hast du den richtigen. Und außerdem hier siehst du, du kannst es in verschiedenen Farben bekommen. Und auf Amazon haben wir sie jetzt, glaube ich, zweimal im Blau gesehen. Wenn ich mich nicht irre, schauen wir nochmal. Ja, haben wir zweimal im Blau gesehen. Was würdest du hier machen? Welche Farbe würdest du bestellen? Ich hoffe, du hast gerade nicht Blau gesagt, weil wir wollen uns unterscheiden von den schlechten Bürsten. Wir wollen die Hundefellbürste 2.0 anbieten. Und dann würde ich vielleicht die Graue nehmen oder die Orange. Aber auf keinen Fall die Farbe, die hier so schlecht auf Amazon läuft. Und wenn wir jetzt unseren Lieferanten haben, wir haben also den abgecheckt, der hat unseren Fragentest bestanden. Jetzt gehen wir hier drauf und jetzt machen wir Geld mit dem Problem, den unser Konkurrent gesammelt haben. Und sagen wir hier Tierbürste 2.0, neue Version Ausrufezeichen. Und jeder, der hier so eine Bürste haben will, der sieht, okay, der hat negative Bewertungen, der andere hat negative Bewertungen. Jetzt bist du da mit einem ziemlich neuen Produkt, du hast noch ziemlich wenige Bewertungen. Aber bei dir im Titel steht schon neue Version 2.0. Und hier in den Stichpunkten sagst du verbesserte Version. Und jetzt sagst du, was du von deiner Konkurrenz gelernt hast. Du sagst, verbessertes Griffdesign, super robust, passende Reinigungshülle, verbesserte Oberfläche der Bürste. Und alle Leute werden sich vielleicht die Produkte vergleichen, sagen sich, okay, der hat schon super viele Bewertungen. Und dann sehen sie dich. Und dann sehen sie, ah, okay, ja, das habe ich hier gelesen. Das war alles Mist bei dem. Und du bist derjenige, der das Verbesserte hat. Also das wäre genau mein Ablauf. Das ist meine Strategie, wie ich aus negativen Bewertungen lerne. Und wenn du das beachtest, machst du automatisch Geld. Dann greifst du die ganzen verunsicherten Kunden deiner Konkurrenten ab. Und ja, deren Schaden ist dein Erfolg. Und du gehst auf Nummer sicher, dass dein Produkt gut ist. Und du machst deine Kunden darauf aufmerksam, dass du dich besser vorbereitet hast als deine Konkurrenten, dass du das bessere Produkt lieferst. Und du wirst automatisch mehr Geld verdienen. Also das ist mein Tipp für die negativen Bewertungen. Lest es genau durch, analysiere es und nutze es zu deinem Vorteil. Also das war das Video für heute. Wenn das für dich neu ist, wenn du ein neuer Zuschauer bist auf den Kanal, klicke auf Abonnieren, auf das Glockensymbol. Ansonsten ja, vielen Dank wieder für deine Zeit, fürs Ansehen. Und wir sehen uns die Woche im nächsten Video. Bis dann und hab noch einen großartigen Tag.